Jung vs. Alt in StumbleGuys. Lass dein Like und dein Abo da und jetzt viel Spaß. Opening Battle Jung. Wie viele Champs und Stumble Tokens ich hab. Ich muss direkt ganz viele Skins kaufen. Oh, 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 Special Skin Captain Goldherd. Oh, oh, hier sind so viele Sachen drin. Oh, oh, ich kann's nicht glauben. Oh, oh, ich muss das kaufen. Captain Goldherd. Meine Mama darf das nicht mitkriegen. Ich, ich darf das doch gar nicht. Ich darf kein Geld ausgeben. Ich muss jetzt ganz leise machen. Und das heimlich kaufen. Komm schon, kaufen, kaufen, kaufen. Ah. Ich hab Captain Goldherd. Oh. Boah. Ja, da ist Captain Goldherd. Mein erster Specheskin. Boah. Schnell. Ich muss noch am Glücksrad drehen. Legendär. Hier gibt's nur, nur legendäre Skins. Boah. 4.000 Sch... Oh, ich hab nicht genug Geld. Wo ist die Kreditkarte? Opening alt. Oh, mein Kreuz. So, wir spielen jetzt heute so, wie es aussieht. Oh, mein Enkel haben wir uns gesagt, dass, ähm, ein, ähm, wie, äh, wie hieß das nochmal? Ähm, ähm, ach ja, ein, ähm, opening soll ich machen, hat er mir gesagt. Und, ähm, er hat gesagt, ich muss da an so einem, ähm, äh, an so einem Rad drehen. Äh, 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 äh. Das ist... Spielername? Jung. Okay, wir spielen jetzt wieder eine Runde Stammel und ich muss meinen Namen ändern. Ich heiß... Player 2007.04... Äh, 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 61. Ich hab keine Ahnung. Wir müssen das ändern. Ähm, 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 ich bin der, ähm, der, ähm, k-k-k-koolste, ähm, gro... Große Box, äh, 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 Kämpfer mit, ähm, äh, Knochen, ähm, äh, äh, kaputt, ähm, mach, äh, äh, Kano, None. Ha! Boah, ist das ein cooler Name! Wuhu! So, yeah! Jetzt bin ich der Beste! Und ich hab den coolsten Namen von allen! Jetzt kann ich erst mal mit meinen Freunden spielen! Spielername? Alt. So, ähm, wir müssen auch mal schauen... Da... Ähm... Das ist unser, ähm... Der, 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 der Spitzname hier im Spiel. Und den sollten wir ändern, wurde mir gesagt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie das funktioniert hat, aber, ähm, ich glaub, wir sind da richtig. So, jetzt, äh, muss ich da erst mal ganz kurz meine... Meine Brille aufsetzen, ne? So. Und da müssen wir da mal schauen, was wir da eingeben hier. Auf diesem, ähm, Keyboard. Ich, äh, möchte heißen, ähm... Günther. Gün... 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 Günther, genau. Ähm, ähm... So. So, jetzt ist die Frage, wo bestätige ich das nochmal? So, jetzt müssen wir das doch bestätigen, ne? Ähm, das geht grad nicht. Wir müssen da draufdrücken. Oh. Äh, ja. Das ist, äh, oh. Kronenpushen. Jung. Oh, Mann. Wie lange dauert das denn? Ich will nicht mehr warten. Ich will spielen. Mann, ich will nicht mehr. Das ist doof. Boah. Das ist meine, meine, meine Lieblings-Map. Wow. Wow. Oh, oh. Da kommt ein Laser. Ich muss rennen. Na, hallo. Nein, nein. Hm, 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 hm. Kronenpushen. Alt. Oh, ähm. Wir sind ja jetzt hier in der Runde drin, tatsächlich. Mir wird gesagt, wir müssen hier die, ähm... Die 10.000 Trophäen vollmachen, genau. Ähm. Ich schau da jetzt grad mal, dass wir... Wie lauf ich denn noch mal? Ne, das war zu ruhig. Das wird hier jetzt vollmachen. Und natürlich müssen wir auch versuchen, hier direkt einen Sieg zu holen. Aber irgendwie funktioniert dieses Keyboard grad nicht so gut. Wir müssen da einmal zur Seite lau... Oh. Du hast ja gar keinen Fall schon. Ja, das ist ja merkwürdig hier, ne? Wie das alles so funktioniert heutzutage. So, jetzt laufen wir erstmal weiter nach unten hier. Und ich, äh, da werd die ganze Zeit da, äh, geschlagen. Zurück hier wieder. Was ist denn, äh, das jetzt hier? Hä? Ja, jetzt bin ich ja rausgeflogen, du. Na, das ist aber doch nicht mein Ziel gewesen hier. Ne, das, äh, das verstehe ich jetzt nicht. Wirklich nicht. Nachts spielen? Jung. Oh. Ah. Meine... Mama darf mich nicht sehen. Es ist schon ganz spät. Oh. 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 Ich kann jetzt heimlich Stamm bespielen. Boah. Cool. Aber ich muss vorher erst meine Decke wegmachen. So. Aber ich muss mich noch ein bisschen verstecken. Warte. So ist gut. Okay, jetzt müssen wir ganz leise eine Runde starten. Ich darf aber meine Mama nicht hören. Oh. Ich glaub, das war zu laut. Oh, oh. Ich glaub, ich glaub, meine Mama kommt. Aber ist mir egal. Ich will trotzdem... Oh. Oh. Das ist... Ah. Ich... Ich... Eis... Eiskugel... Äh... Eishai... Heats. Boah. Okay. Ich muss schnell die Runde gewinnen. Aber ich darf nicht so laut machen. Ich muss ganz leise machen. Oh. 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 Ausraster. Jung. Oh Mann. Das sind schon wieder... Viel... Viel zu viele hier. Ich will doch gewinnen. Das geht aber nicht weiter. Das ist zu viel... Aua. Ey. Mann, hör auf damit. Das ist ganze Zeit unfair, viel zu schwer. Ah. Ich hab's aber noch geschafft, ihr Blödmänner. Ha. Der coolste große Knochen kaputt macht Kanone ist viel besser als ihr. So. Ich hab mich nämlich jetzt qualifiziert, ihr Blödmänner. Und jetzt gewinne ich das. Geh rüber, Panda-Bär. Du Blöd. Oh oh. Oh oh oh. Nein. 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 Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das war... Oh. Hey. Ein Fehler. Von Stammel. Ich bin da... Durchgeflogen. Das war nicht mal meine Absicht. Das finde ich mehr. Ausraster. Alt. Oh. Ich bin da jetzt hier tatsächlich. Hab meinen Enkel mir eingestellt. In so einer... Ähm. Runde. Und... Ähm. Wenn wir da... Oh oh. Nicht... Gewinnen, dann... Na nu. Warum geht denn das jetzt nicht mehr hier? Das funktioniert nicht mehr hier. Dieses... Dieses Keyboard... Hat Probleme. Brigitte. Ich brauche meine... Tabletten. Lieblingsskin... Jung. Okay. Ähm. Ich brauche einen neuen Skin. Ich... Ich will das nicht mehr. Der Skin ist doof. Ich brauche einen neuen Skin. Boah. Sind das... Viele Skins. Ich nehme den... Ähm. Dem... Einbrecher. Weil der bricht immer... Überall ein. Das ist voll cool. Oh. Das ist gelb. Wie... Wie... Wie Bananen. Ich mag Bananen. Ich will den nehmen. Ich nehme den jetzt. Das ist mein neuer... Oh. Das ist ein... Feuerwehrmann. Ich liebe Feuerwehrmänner. Oh. Ich nehme den. Versprochen. Den nehme ich jetzt wirklich. Da kommt jetzt kein anderer mehr. Ich will nämlich jetzt den... Nein. Ein Cowboy. Cowboy. Ja. Aber den nehme ich wirklich. Weil Cowboys sind nämlich die coolsten. Stimmt. Wirklich. Poli. Oh. Poli. 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 Polizei. Oh. Polizei. Polizei. Ich nehme die Polizei. Die Poli-Polizei. Oh. Lieblings-Skin. Alt. Oh. So. Wir, ähm. Müssen uns aber noch, ähm. Einmal raussuchen. Und zwar. Haben wir nämlich gesagt, dass, ähm. Wir brauchen ein Skin. Mhm. Und, ähm. Ich glaube, der da unten. Der da. Der, äh. G-G-G-Gold. Die. Ich weiß nicht. Wir nehmen den. Oh. Jetzt haben wir den ausgewählt. Ja, ähm. Jetzt, äh. Sind wir auch stark klar. Und können uns mal ran machen. Hier in die, ähm. In die Runde, ne? Da starten wir die mal hier, ne? Wenn man verliert. Jung. So. Ich bin jetzt auf der besten Map. Das ist nämlich eine, eine Wasserrutsche. Und ich gewin... Hallo. Geh weg. Ihr. Ich, ich gewinn das jetzt nämlich. Hui. Mann, das macht keinen Spaß. Jetzt. Boing. Wow. Schau mal, wie gut ich rutschen kann. Hui. Oh, oh, oh. Mann, das ist doof. Ich, ich gewinn das jetzt. Komm schon, rutschen. Oh. Aua. Aua. Hör auf. Das macht keinen Spaß. Ich. Äh. Hallo. Warum? Oh, das ist die falsche Richtung. Oh. Nein. Oh. 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 Verlieren. Ich gewinn. Ich gewinn. Wenn man verliert. Alt. Oh. Jetzt tatsächlich bin ich ja wieder in einer Runde gelandet. Und. Ihr seht schon diesmal. Sieht das ja gar nicht gut aus. Da ist nämlich hier so ein Vulkan ausgebrochen. Und wir müssen uns da jetzt hier in Sicherheit bringen von diesem Vulkan. Oh, oh. Gut, das machen wir sehr gut. Günther, immer geradeaus. Günther, das machst du sehr gut. Immer schön auf die Platten drauf. So, wie es der Enkel gezeigt hat. Oh, wo muss ich denn jetzt hin? Darüber muss ich. Oh. Günther, das machst du sehr gut. So, jetzt muss ich da mal springen. Oh. Ne, warte mal. Na, aber sagen wir jetzt mal hier. Das kann nicht sein. Das ist unakzeptabel hier. Dieser Spielmodus der... Ne. Ne. Brigitte? Ich brauche wieder meine Tabletten. Im Teammodus jung. So, ich... Ähm... Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht spielen mit Schießen. Aber ich mache das jetzt trotzdem. Guck mal, ich darf jetzt schon schießen. Boing! Kommt her! Nimm das! Boing! Und hier oben auch. Boing! Ich schieße euch ab! Boa! Boing! Und? Oh, oh. Das daneben nochmal. Boing! Boing! Oh! Nochmal! Boing! Äh, warum? Warte, auf wen muss ich denn überhaupt schießen? Weiß gar nicht. Schieße auf blau! Boing! Der ist ins Wasser gefeilt. Nochmal! Boing! Ist das cool! Boing! Oh, oh, oh! Und nochmal! Boing! Boing! Aber warum ist denn jetzt gelb am Gewinn? Junge! Blau macht schneller! Geht weg! Boing! Im Teammodus alt. Oh! Ähm... Wir, äh, ähm... Wir, ähm... Wir sind ja jetzt gerade hier tatsächlich im Fußball. Und, ähm... Ich hab Durst. Ja, die anderen, die machen das schon hier. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz was trinken. Und ich glaube, jetzt können wir auch mal anfangen hier. Den, ähm... Den... Den Ball hier ins Kopf zu werfen, du. Hä? So, wir laufen da mal. Komm schon! Das machst du gut! Geradeaus laufen! Günther, das sieht gut aus! Äh... So. Oh. Ah! So, jetzt aber. Da ist der Ball! Da ist der Ball! Schön abwehren, Jungs. Macht der gut! Schön die Bälle weg vom Tor. Sehr gut! Oh, wir rennen mal weiter hier. Vielleicht müssen wir mal in die Richtung mal die Bälle hier reinmachen. Komm, schieß, Jungs! Rein in die Tore! Uh! Das, also... Das läuft hier ja wirklich wie am Riemchen, du. Oh, jetzt müssen wir erstmal hier den Ball wiederfinden, du. Da ist der Ball. Ich hab das auch langsam raus hier mit, äh, diesem Keyboard. Tatsächlich. Ähm. Da gibt's ja so eine Taste. Ähm. Die muss man drücken. Und dann, äh... Kann man damit irgendwie laufen, tatsächlich. Hab ich festgestellt. Oh. Da bin ich hier schon wieder rausgeflogen, du. Das ist... Äh, äh... Ich versteh hier gar nichts mehr hier, du. So, Leute. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Ähm. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen mit Tumor genommen. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Und abonniert den Kanal. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und da würde ich sagen, Leute, sehen wir uns morgen. Dann mal ein Video. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.